Die Firma Mössner ist ein mittelständisches Unternehmen in der Gießereitechnologie und Aluminiumtechnologie und wir suchen Azubis für diesen Bereich als Industriemechaniker. Jeder Tag ist absolut abwechslungsreich, man hat nicht immer nur die gleiche Arbeit. Große Bauteile, die zusammensetzen. Der Azubi packt voll an, sie machen keine Schrott-Lehrstücke, sondern sie produzieren mit unseren Facharbeitern schon für die Kunden Aufträge. Man macht sinnvolle Sachen und man sieht, was man gemacht hat am Ende. Der Betrieb unterstützt uns unheimlich, wir können immer Fragen stellen, wir können auch mal nach, wenn Betriebszeit schon rum ist, immer noch herkommen oder nach der Schule auch noch. Also da ist der Betrieb immer das für uns Tag. Ich persönlich werde nach der Ausbildung hier weiterarbeiten im Betrieb und vielleicht mal einen Techniker oder so dranhängen, da wird man aber hier auch unterstützt. Wenn du Interesse an technischen Abläufen hast und technisch versiert bist, dann bewirb dich bei uns.